Wir brauchten früher nur keinen großen Bulldog, der alles über Gäuel in Aachen kommt. Wenn die Viecher alle auf einmal krank wurden, sagt euch zu meiner Frau, dann zählst du halt doch. Ich wusste von der O gespannt, mir sei dann auch aufs Feld gerannt, entplügt der Ose Aachen komplett im. Mein Vater ging auf einmal im, da setzt euch gleich die Beitsche in, und einmal drehte sich dann zu mir rück. Wann krieg mir endlich mal ein Bulldog? Ein Lanz und Torsche oder Aachenfeld? Ja, ein Hannomack mit Mähwerkenhydraulik, damit mein Rege mir am Oben nicht wie brennt. Ein Bulldog braucht wenn Sprit in teure Reife, das alles kostet große Haare Geld. Ich guck nicht noch in der Züberre Treibe, denn spannt sie für der Blubb auf unser Feld. In Obens komme mir sehr rück, sie schlief auch gleich schon in den Kich, ich zog das Geschirr in die Stüffel aus. Ich brotze noch ins Bett in den, ich legte auch ganz langsam hin, auf einmal grüße laut durchs ganze Haus. Wann krieg mir endlich mal ein Bulldog? Ein Lanz und Torsche oder Aachenfeld? Ja, ein Hannomack mit Mähwerkenhydraulik, damit mein Rege mir am Oben nicht wie brennt. Ein Haut da hat fast jeder einen Bulldog, auch schafft da und die meisten damit nicht. Seif von dem mit nur auf den Bulldog treffe, im Feiern wirst zum Freue-Morgenlicht. Ich denk, das kennt mir auch gefallen, kennt morgen ins Danto hiervon, so'n Spaß, der ist doch eigentlich nicht schlecht. Ich wär bestimmt ganz super drauf, ich denk schon noch über den Kauf, ich glaub, mein Friday hat bestimmt schon recht. Jetzt kaufen wir endlich mal ein Bulldog, ein Lanz und Torsche oder Aachenfeld, ja, ein Hannomack mit Mähwerkenhydraulik, damit mein Rege mir am Oben nicht wie brennt.